Oh fuck Scheiße, hier geht der nach außen auf. Mist Okay Jetzt wird das Spiel echt krass Wir haben keine Waffe Nichts Und da rennt irgend so ein Ding rum Irgend so ein Mutanten-Dings-Gedöns-Kappes Scheiße Ich kann da nicht raus Wie verfickt dunkel das hier ist, ey Scheiße Okay Bis hier sind wir schon mal gekommen Kacke Okay Fuck Okay Also die Tür ist noch immer zu Okay, das heißt es gibt einen zweiten Scheiße Okay Der Lagerraum ist echt krass Okay Okay, ganz ruhig, wir beruhigen uns alle. Schön beruhigen, alles wird gut, Kopf drüber in der Tänne zittert und weiter, schön langsam. So, zurück in den Ausgangspunkt, okay. Okay, kranker Scheiß. So, okay, wir sind kurz am Abnippeln, alles wird gut, alles wird gut. Die Tabulator-Taste ist unser Freund, unser bester Freund. Du Scheiß-Schloss, ey. Drecks, oh, was ist denn hier jetzt los, oh, scheiße. Okay, Daniel steht kurz vorm Koller. Kacke, ne? Scheiße. Ich würde sagen, wir müssen so schnell wie möglich raus hier. Aber ich trau mich nicht. Mano. Hilfe. Mann. So langsam geht's aber wieder. Flimmert noch ein bisschen. Scheiße. Es ist verfickt dunkel da oben. Oh. 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 Okay, da war das Vieh. Scheiße, wie kann man jetzt da hoch? Oh. Oh. Kacke. Okay, ich trink noch ein Schluck. Okay, wir müssen dringend hier raus. Oh Gott, ey. Kacke, wenn da das Vieh ist. Ja, was ist es, wenn? Wir haben es ja gehört. Was ist das denn? Ok, ich renne. Renn! Renn, 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 renn. Renn um dein Leben, renn um dein Leben, ja. Tür. Kranker Scheiß. Tja, okay, fine, fine, fine. Okay, der Nier ist echt am Ende. Was zum... Äh... Äh... Oh Gott, wie krank. Kranker Scheiß. Okay, aber wir sind, kann man jetzt wieder vernünftig steuern. Ja, ich würde sagen... Wir reparieren den Aufzug und dann ab in die Tiefe zu Alexander Baron von Brennenburg. Gott, ich habe immer noch eine Gänsehaut. So, die drei Stiefel waren hier drinnen. Genau. Was? It's so cold? Hm. Strom. Ach so, hier müssen wir jetzt manuell einfügen. Ach so. Kreis, Dreieck, Viereck. Vier Phasen und dann wohl Viereck. Und Trinity kommt wohl zum Dreieck und der Kreislauf zum Kreis. Gut, das war jetzt nicht so schwer. und hinab in die Tiefe. So, Feuer brennt. Sehr gut. Zahnräder sind drinnen und Attacke. Jääh. Oh. Oh. Lauf, Forrest. Oh. Ach du. Ssss. Da ist raus hier. Scheiße, wohin? Ah, nein! Ja, wir haben es übrigens dreiviertel zwölf. Super Uhrzeit für die Scheiße hier. Ähm. Mhm. Was ist das im Teufel? Cool. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien, der Medizinschrank war ungeholfen. Cool. Hat nur noch schon mal hier. Die Bediensteten mieden ihn, dennoch wusste er, dass sie da waren. Sie rauchen alle nach Gewürzwein. Irgendein gehemmesvoller Duft von Nelken und Seiberlack in der Luft. So. Wir sind jetzt tausend Milliarden Kilometer in die Tiefe gefahren. Wenn es da oben schon scheiße aussah, wie sieht es denn dann erst hier unten aus? Was ist das? Was war das? Entschuldigung. Ich sollte dich warnen. Eine meiner Verantwortung als Baron ist, ist das einer Prison Warden. Das ist, wo die Kriminale sind. Wie ein Dungeon? Sehr gut. Komm! Nicht fliegen. Gefangene. Ein Kerker also. Okay, oder eine Folterkammer? Pfff. Oh Gott, hier nach dem Horror jetzt noch ein Kerker runter. Nicht die beste Idee. Aber wir wollen mal einen kleinen Blick riskieren. Mal gucken. Oh Gott. Oh Gott. Na. Hallo? So. Bisschen aus dem Weg räumen. Falls wir eine abenteuerliche Flucht nachher noch überstehen müssen. Na. Hopp. Ach, egal. Na gut, hier. Aufzug kaputt, weit kommen wir eh nicht. Hallo? Wie ist das? Na? Pfff. Ach. Ne. Ne, Leute. Ne. Beim besten Willen. Ich mach erstmal Schluss. Tschüss. Und. Ja. Dann sehen wir uns das nächste Mal hier in der Ecke wieder. Bis dahin. Haut rein. Schrei Halloween Vielen Dank.